Nachdenkseiten Die kritische Website Patrick Barb antwortet dem MDR Von Patrick Barb Um eine Veranstaltung mit dem Journalisten Patrick Barb in Kamenz ist eine Diskussion entbrannt. In diesem Zusammenhang hat Barb einen offenen Brief an den Mitteldeutschen Rundfunk MDR verfasst, in dem er vom Sender gestellte Fragen beantwortet. Wir veröffentlichen diesen Brief hier im Wortlaut inklusive der Fehler in den gestellten Fragen. In einem Tweet von Markus Klöckner ist die Ankündigung der Veranstaltung zu lesen, um die es geht. Ed Vero Wendland schreibt einen Brief an den Oberbürgermeister der Stadt Kamenz, weil sie findet, dass ein Veranstaltungstext zu Patrick Barb russische Geschichtsmythen enthält. Könnte es eventuell sein, dass sie selbst den Krieg etwas, sagen wir, zu entdifferenziert erfassen? Zitat Ende Hier folgt der Brief von Patrick Barb an den Mitteldeutschen Rundfunk MDR vom 4. November 2023. An den Mitteldeutschen Rundfunk. Ihre Anfrage vom 3.11.2023, 16 Uhr. Sehr geehrter Herr, zu den Fragen in Ihrer Mail vom 3.11.2023 um 16 Uhr nehme ich gerne Stellung. Erstens Was sagen zur Kritik von Frau Wendland, dass SIG Sie geschichtsrevisionistische Mythen über den Ukraine-Krieg reproduzieren? Antwort Sie hat eine Expertin für den Konflikt im Donbass und den völkerrechtswidrigen Angriffskrieg der Russischen Föderation in der Ukraine bislang nicht hervorgetreten. Ihre Einlassungen folgen offenbar der ukrainischen Propaganda. Eigenständige Recherchen im Kriegsgebiet hat sie nicht durchgeführt. Ihre Einschätzungen hat sie, anders als ich, fernab der Gefahrenzone am Schreibtisch entworfen. 2. Vor einigen Tagen sprachen sie während einer Buchlesung in Berlin. Etwa bei Stunde 1, Sekunde 10 zitieren sie die Politikwissenschaftlerin Nina Khrushchowa und stimmt SIG ihre Einschätzung zu. Zitat Amerikaner haben Putin in eine Falle gelockt und der Blödmann ist reingetappt. Und ich glaube, das war so. In Reden hat Wladimir Putin immer wieder die Unabhängigkeit und Staatlichkeit der Ukraine bezweifelt. Beispielsweise in seiner Rede vom 23.02.2022. Es ist anzumerken, dass die Ukraine eigentlich nie stabile Traditionen echter Staatlichkeit hatte. Auch in anderen seiner Texte deuteten sich seine imperialistischen Pläne an. Können Sie mir erklären, warum Sie Putin und seine Gefolgsleute nicht als die vordergründigen Aggressoren im Ukraine-Krieg betrachten? Antwort Dr. Nina Khrushchowa ist Professorin für internationale Politik an der New York School in New York. Sie ist amerikanische Staatsbürgerin und Urenkelin von Nikita Khrushchow. Als einer der wenigen US-Experten kennt sie Putin persönlich. Hier ihre vollständige Aussage. Der Krieg in der Ukraine ist ein perfekter Krieg für die USA, weil ein weißes Land gegen ein anderes weißes Land kämpft. Der Bösewicht kämpft gegen eine Demokratie. Und diese Demokratie hat mit Wladimir Zelensky einen Hauptdarsteller, der seine Rolle wunderschön spielt. Sie behaupten also, dass die USA diesen Krieg provoziert haben? Absolut. Aber es ist eine freie Welt und Putin wählte seine Rolle als Bösewicht selbst und griff die Ukraine an. Dafür sind nicht die USA verantwortlich. Putin trägt zu 100 Prozent die Schuld. Diese permanente Diskussion war eine Falle und dieser Idiot tappte hinein. Die Überlegungen, dass es sich gerade nicht, wie die NATO-Propaganda uns weismachen will, um einen unprovozierten Angriffskrieg handelt, sondern, dass die USA und die NATO den Krieg in der Ukraine provoziert haben, sind Teil der internationalen fachlichen Diskussion und bilden den Stand politikwissenschaftlicher Forschungen ab. Dies macht aus einem völkerrechtswidrigen Angriffskrieg keine Friedensmission. Hier Beispielhaft die Äußerungen einiger Experten für die Genese des Krieges in der Ukraine. Prof. Jeffrey Sachs von der Columbia University in New York, Sonderberater des Generalsekretärs der Vereinten Nationen, Berater des Internationalen Währungsfonds, der Weltbank, der OECD, der WTO und des Entwicklungsprogramms der Vereinten Nationen sowie Regierungsberater in Bolivien, Polen, Jugoslawien und Russland. Der Krieg in der Ukraine ist der Höhepunkt des 30 Jahre alten Projekts der US-Neokonservativen. Die beiden Administrationen ist voll besetzt mit denselben Neokons, die sich stark gemacht haben für die vom Zaun gebrochenen amerikanischen Kriege in Serbien 1999, Afghanistan 2001, Irak 2003, Syrien 2011 und Libyen 2011 und die Alles-Taten, den russischen Überfall auf die Ukraine zu provozieren. Die Bilanz der Neokons ist ein vollständiges Desaster. Dennoch hat sich Biden mit Neokons umgeben. In der Folge lenkt Biden die Ukraine, die Vereinigten Staaten und die Europäische Union in ein weiteres Debakel. Wenn Europa noch einen Restverstand besitzt, wird es sich lossagen von diesen außenpolitischen Katastrophen Amerikas. Jeffrey D. Sachs Ukraine, the latest Neokon-Desaster In Other News vom 27. Juni 2022 Prof. John J. Mearsheimer, Experte für internationale Politik an der Universität Chicago, Zitat Die Vereinigten Staaten und ihre europäischen Verbündeten tragen die Hauptverantwortung für diese Krise. Die Wurzel des Übels ist die NATO-Erweiterung, das zentrale Element einer umfassenden Strategie, die darauf abzielt, die Ukraine aus der Umlaufbahn Russlands herauszulösen und sie in den Westen zu integrieren. Gleichzeitig waren auch die EU-Osterweiterung und die Unterstützung des Westens für die pro-demokratische Bewegung in der Ukraine, beginnend mit der Orangenen Revolution im Jahr 2004, entscheidende Elemente. Seit Mitte der 1990er Jahre lehnt die russische Führung die NATO-Erweiterung entschieden ab. Und in den letzten Jahren hat sie deutlich gemacht, dass sie nicht tatenlos zusehen würde, wie ihr strategisch wichtigster Nachbar zu einer westlichen Bastion wird. Für Putin war der illegale Sturz des demokratisch gewählten und pro-russischen Präsidenten der Ukraine, den er zu Recht als Staatsstreich bezeichnete, der letzte Strohhalm. Prof. Robert H. Wade, Experte für globale Wirtschaftspolitik an der London School of Economics, sieht eine seit langem bestehende US-Strategie für einen Regimewechsel in Moskau mit der Ukraine als Dreh- und Angelpunkt. Einerseits schicken sie genügend militärische und andere Ausrüstung in die Ukraine, um das russische Militär in einem Sumpf zu versenken. Auf der anderen Seite verhängen sie strenge, weitreichende Sanktionen gegen Russland, um die russische Elite zu stören und die Lebensbedingungen der russischen Mittelschicht zu verschlechtern. Diese Kombination sollte lange genug anhalten, damit sich die Russen erheben, um Putin zu stürzen und einen Präsidenten aller Yeltsin einzusetzen, der dem besten Wohlgesonnener ist. Doch diese Waffen-plus-Sanktionen-Strategie brauchte einen Anlass. Putins Invasion war der erforderliche Kasus Belli. Die Behauptung, der Kreml sei in eine Falle der USA und der NATO getappt, entschuldigt keineswegs die russische Invasion und ihre verabscheuungswürdigen Taktiken. Aus blox.ise.ac.uk Übersetzt mit DIPO Jack Booth, ehemaliger Geheimdienstanalyst der Schweizer Armee und ehemaliger OSZE-Beobachter im Donbass, Die USA suchten schon lange nach einer Möglichkeit, einen Angriff Russlands auf die Ukraine zu provozieren. Aus Booth, Jack, Operation Z, Paris, Max Milo 2022, Seite 12 Die Reihe der Zitate könnte beliebig fortgesetzt werden. In ihren Fragen zeigt sich, wie es der Soziologe Pierre Bourdieu ausgedrückt hat, dass Journalisten manchmal gefährlich sind. Da sie nicht immer wirklich gebildet sind, wundern sie sich über Dinge, die nicht sehr verwunderlich sind und über Staunenswertes wundern sie sich nicht. Die Journalisten tragen eine spezielle Brille, mit der sie bestimmte Dinge sehen, andere nicht und mit der sie die Dinge, die sie sehen, auf bestimmte Weise sehen. Das Auswahlprinzip ist die Suche nach dem Sensationellen, Spektakulären. Bourdieu, Pierre. Über das Fernsehen. Frankfurter Main. Surkamp 1998, Seite 25 und 61. Deshalb erscheint es mir klug, sich zunächst in die Geschichte des Konflikts im Donbass und der Ukraine einzuarbeiten. 3. Sprechen Sie ukrainisch und oder russisch? Wie verlief dahingehend Ihre Recherchereise für Ihr Buch in der Ukraine? Wurden Sie von einem Übersetzer begleitet? Wenn ja, war dieser unabhängig oder gehörte er oder sie irgendeine Organisation an? Antwort. Diese Frage zeigt, dass Sie keine Erfahrung in der Auslandsberichterstattung und in der Vorbereitung von Recherchen in Kriegs- und Krisengebieten haben. Seit 1997 war ich dagegen für den Norddeutschen Rundfunk und die ARD in Großbritannien, Skandinavien, Polen, dem Baltikum, dem Kosovo, Afghanistan und unzählige Male in der Russischen Föderation tätig. Für meine Bücher habe ich zudem in den Vereinigten Staaten Frankreich und der Schweiz recherchiert. Insbesondere habe ich mich eingehend mit politischen Missständen in Putins Russland auseinandergesetzt. Meine Filme Brauner Terror über militanten russischen Neonazismus, gefährliche Fracht auf der Ostsee über illegalen Ölhandel der russischen Föderation, EU-Pässe aus Russland über den illegalen Erwerb von EU-Identitäten oder das Russenkind über die bis dato noch geheimen Warengründe für den Untergang der Kursk in der Barentssee im Jahr 2000, beruhen auf eigenständigen Recherchen vor Ort, die mich zweimal in Konflikt mit dem russischen Inlandsgeheimdienst FSB gebracht haben. Auch bei meiner Arbeit in Kosovo in den Jahren 1999, 2000 und 2001 war ich erheblichen persönlichen Risiken ausgesetzt, Beschuss, Minenfelder. Ich hatte also Gelegenheit zum Üben. Die Auswahl des Kamerateams, der Begleiter und Übersetzer, der Helfer vor Ort, folgt fachlichen Kriterien wie absolute Verlässlichkeit, Sach- und Ortskenntnis, Belastbarkeit und Nervenstärke und hat mit der Zugehörigkeit zu Organisationen gleich welcher Art nichts zu tun. Wenn Sie in Sachsen mit einem Kamerateam losfahren, dann fragen Sie auch nicht, welches Parteibuch der Kameramann hat. Wichtig ist, dass er seine Arbeit macht. Im Übrigen reichen, anders als meine Kenntnisse des Patschun oder des Albanischen, meine russisch Kenntnisse aus, um einzuschätzen, ob der Übersetzer seine Arbeit korrekt gemacht hat. Da Ihre Fragen darauf hindeuten, dass Sie hier eine Art Kontaktschuld konstruieren wollen, um meine Arbeit in ein schlechtes Licht zu rücken und mir eine Nähe zu Kreml-Propaganda zu unterstellen, möchte ich Ihnen Folgendes sagen. Ich nehme von niemandem Weisungen entgegen. Ich fälle meine Entscheidungen in eigener Verantwortung und bin finanziell völlig unabhängig. Das unterscheidet mich von Ihnen, der Sie als Mitarbeiter des MDR gegenüber Ihren Vorgesetzten weisungsgebunden sind. Was die Konstruktion von Kontaktschuld betrifft, so ist das Prinzip simpel. Zunächst wird ein Gegner definiert, dann wird die Zielperson dem gegnerischen Lager zugeordnet. Es handelt sich also nicht um eine Argumentation in der Sache, sondern ad hominem. Solche Konstrukte, mit denen nicht zur Person oder zur Sache recherchiert wird, sondern politisch verdächtige Dritte auf eine Zielperson abfärben sollen, stellen klassische Pseudo-Argumente dar und sind zur journalistischen, wissenschaftlichen oder juristischen Beweisführung ungeeignet, weil sie nicht auf Tatsachen beruhen. Pseudo-Argumente wie die Herstellung von Kontaktschuld zielen darauf ab, alle, die sich dem kollektiven Prozess oder dem herrschenden Meinungsklima nicht beugen, auszugrenzen und aus dem Debattenraum auszuschließen. Ihr Ziel ist gerade nicht der herrschaftsfreie demokratische Diskurs. Vielmehr zielen sie darauf ab, ein Bekenntnis zu einer Partei oder eine Auffassung zu erzwingen und den Vorgang von Bekenntnissen vor Erkenntnissen durchzusetzen. Es handelt sich dabei um eine zentrale Diskursfigur der Gegenaufklärung. Kontaktschuldvorwürfe sind direkt anschlussfähig an die Kollektivhaftung im Sinne des nationalsozialistischen Sippenhaftparagrafen. 4. Wie kam es dazu, dass sie im Stadttheater auftreten sollen? Gab es eine Einladung von Seiten der Stadtverwaltung? Antwort Oberbürgermeister Roland Danz hat nach eigenen Angaben mein Buch gelesen. Dort ist auch dokumentiert, wie eine von T-Online ausgelöste Denunziations- und Diffamierungskampagne auf der Basis mangelhafter Recherche und vorsätzlicher Falschdarstellungen dazu geführt hat, dass sachfremde Akademiker zweier Hochschulen aus Angst vor schlechter Presse im vorauseilenden Gehorsam meine Lehraufträge gekündigt haben. Dagegen bin ich juristisch vorgegangen. Das Verwaltungsgericht Schleswig-Holstein hat die Kündigung der Universität Kiel für unrechtmäßig erklärt und mit Verweis auf Artikel 5 Grundgesetz festgestellt, dass ein Journalist nicht dafür gekündigt werden darf, dass er seine Arbeit macht. Die Universität Kiel hat auf den Instanzenzug verzichtet, somit ist das Urteil rechtskräftig. Die Stadt Kamenz hat sich mit der Reihe im Dialog vorgenommen, insbesondere jene einzuladen, die an anderer Stelle diffamiert, ausgegrenzt und beruflich beschädigt werden. Denn Demokratie heißt, auch solche Positionen in der Arena der Öffentlichkeit zu Wort kommen zu lassen, die einem nicht gefallen. Anders als jene, die mit öffentlichen Kampagnen wie Frau Dr. Wendland darauf abzielen, bestimmte Positionen oder Gruppen in den Mittelpunkt zu stellen und eine höhere Anerkennung dieser Positionen oder Gruppen durchzusetzen, bemüht sich die Stadt Kamenz damit, in vorbildlicher Weise die Meinungsvielfalt und damit die demokratische Willensbildung zu stärken. Dies entspricht im Übrigen auch dem Programmauftrag des MDR. 5. Wer war für den Ankündigungstext auf der Homepage des Stadttheaters verantwortlich? Wurde dies von einem Mitarbeiter oder einer Mitarbeiterin der Stadtverwaltung verfasst oder kam der Text von Ihnen selbst? Wurde dieser Text vom Stadttheater vor der Veröffentlichung in irgendeiner Art und Weise abgenommen? Antwort Diese Frage richten Sie bitte an die Stadt Kamenz. Die Vorlage für den Ankündigungstext stammt von mir. Anders als es Frau Dr. Wendland darstellt, befindet er sich in allen Punkten im Einklang mit dem internationalen Forschungsstand. Mit den Quellen und der einschlägigen Fachliteratur habe ich mich eingehend befasst. Davon unberührt ist das Recht von Frau Dr. Wendland auf freie Meinungsäußerung. Zu den drei Punkten ihrer Kritik Putsch auf dem Maidan Was den Putsch auf dem Maidan im Winter 2013-2014 betrifft, so stehen die im Buch erwähnten Zeugenaussagen im Einklang mit der Fachliteratur. Dabei ist durchaus geklärt, dass die Schüsse aus den Gebäuden des rechten Sektors kamen. Bitte lesen Sie dazu die Seiten 149 bis 166 und folgen Sie den Fußnoten, die der Verlag ins Internet gestellt hat. Bürgerkrieg in der Ukraine Der Bürgerkrieg im Donbass ab März 2014 geht nicht auf eine russische Intervention, sondern auf die Maidan-Morde und die tätlichen Übergriffe ukrainischer Faschisten und Ultranationalisten zurück. In der Folge hatten sich vor allem im Donbass Selbstverteidigungskomitees und Milizen gebildet, zu denen Einheiten der ukrainischen Armee überliefen. Die ersten 52 russischen Kämpfer unter Führung des russischen Monarchisten und Ex-FSB-Offiziers Igor Gierkin erreichten Slavyansk in der Nacht vom 11. auf den 12. April 2014. Ungeklärt ist, ob er vom Kreml geschickt wurde oder auf eigene Faust handelte. Da sich Gierkin in der Folge häufig als Kritiker des Kremls positionierte und heute im Gefängnis sitzt, ist davon auszugehen, dass er in eigener Verantwortung tätig wurde. Anders verhält es sich mit den Wagner-Söldnern. Mitte April wurden sie unter Führung von Oberst Dimitri Utkin in den Donbass verlegt. Wagner wurde am 1. Mai 2014 in Donetsk gegründet. Da es sich bei der Gründung des Wagner-Vorläufers, Slavisches Korps, um eine Initiative des russischen Verteidigungsministeriums handelte, gehe ich davon aus, dass sie entsendet wurden. Als Reaktion auf die Verlegung von Söldnern der US-Firma Academy zur Unterstützung der ukrainischen Kräfte in Donbass bereits Mitte März 2014. Folgen Sie der Darstellung in meinem Buch, insbesondere auf den Seiten 167 bis 185 und den entsprechenden Fußnoten. Stellvertreterkrieg zwischen Russland und der NATO Die Überlegung, dass es sich beim Ukraine-Krieg um einen Stellvertreterkrieg zwischen NATO und Russland handelt, entspricht ebenfalls dem internationalen Forschungsstand und kann durch Zitate aus der Politik gut belegt werden. Hier wieder eine Auswahl. US-Verteidigungsminister Lloyd Austin am 26. April 2022 Wir wollen Russland in dem Ausmaß geschwächt sehen, dass es die Art von Dingen, die es mit dem Einmarsch in die Ukraine getan hat, nicht mehr machen kann. Stern.de Bundesaußenministerin Annalena Baerbock Wir führen einen Krieg gegen Russland. Bild.de Dato Generalsekretär Jens Stoltenberg Es ist wichtig, dass die Ukraine gewinnt, Denn wenn Putin gewinnt, wäre das nicht nur eine große Niederlage für die Ukraine, sondern auch eine Niederlage für uns alle. Just now News EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen Die Ukrainer kämpfen also um ihr Überleben, aber sie kämpfen auch für globale Werte. Es ist nicht nur ein Krieg, den Russland gegen die Ukraine entfesselt hat. Es ist ein Krieg gegen unsere Werte. Es ist ein Krieg gegen die auf Regeln basierende internationale Ordnung. Ec.europa.eu Hier einige Stellungnahmen aus der internationalen Politikwissenschaft, in denen ebenfalls von einem Stellvertreterkrieg ausgegangen wird. David Ignatius, White House Correspondent der Washington Post Die erste Anweisung, die Außenminister Antony Blinken von Präsident Biden erhielt, bestand darin, Amerikas Bündnisse und Partnerschaften im Ausland neu zu ordnen, damit die Vereinigten Staaten die anstehenden Herausforderungen bewältigen können. Diese Strategie sollte sich bei der Bekämpfung der russischen Aggression gegen die Ukraine als entscheidend erweisen. Prof. Dr. Richard Sack war Experte für russische und europäische Politik an der Universität Kent. Während des Kalten Krieges vermieden die Hauptakteure, die USA und die UdSSR, eine direkte Konfrontation und führten stattdessen eine Reihe von Stellvertreterkriegen in Afrika, Afghanistan und anderswo. In der neuen Ära des Kalten Krieges wurde die Ukraine zu einem dieser Stellvertreterkriege. Prof. Dr. Alfred Desaias, Völkerrechter an der Geneva School of Diplomacy and International Relations und ehemaliger US-Mandatsträger. Die USA werden den Proxy-War bis zum letzten Ukrainer führen. USA, EU und NATO wollen nur eins, Regime-Change in Russland. Putin muss weg, so hieß es im Weißen Haus. Die Nachkriegsordnung wurde bereits durch die NATO in Jugoslawien, Afghanistan, Irak, Syrien und Libyen zerstört. Gewiss, aus dem Ukraine-Krieg wird eine neue Weltordnung entstehen. Die neue Weltordnung wird nicht mehr vom Westen bestimmt. Auch die Chinesen, Inder und Russen werden mitspielen. Overton-Magazin.de Jack Boat, Ex-Militäranalyst des Schweizer Geheimdienstes und OSZE-Beobachter im Donbass. Die Amerikaner hatten schon lange den Plan, Russland zu isolieren und aus der internationalen Gemeinschaft zu verbannen. Zu diesem Zweck sollte Russland in einen Konflikt mit der Ukraine gedrängt werden, um eine Rhetorik zu entwickeln, die stark genug war, um die internationale Gemeinschaft zu Sanktionen zu veranlassen. Die Ukraine würde zwar darunter leiden, aber im Gegenzug, für eine russische Niederlage, würde ihr die Aufnahme in die NATO angeboten werden. Der französische Historiker Emmanuel Todd vom Institut National de Demographie Net in Paris. Der Dritte Weltkrieg hat begonnen. Es ist offensichtlich, dass sich der Konflikt von einem begrenzten territorialen Krieg zu einer globalen wirtschaftlichen Konfrontation zwischen dem gesamten Westen auf der einen Seite und Russland und China auf der anderen Seite zu einem Weltkrieg entwickelt hat. Wir liefern trotzdem Waffen. Wir töten Russen, auch wenn wir uns selbst nicht exponieren. Es stimmt, dass wir Europäer vor allem wirtschaftlich engagiert sind. Wir sehen unseren wahren Kriegseintritt durch Inflation und Knappheit kommen. 6 Frau Wendland schlägt am Ende ihres offenen Briefes vor, dass es sick im Stadttheater eine Veranstaltung mit ukrainischen Menschen organisiert werden sollte, die eine andere Perspektive einnimmt. Was sagen Sie zu dem Vorschlag? Würden Sie eine solche Veranstaltung unterstützen? Antwort Den erwähnten offenen Brief hat mir Frau Dr. Wendland nicht zur Kenntnis gegeben. Mir liegt ein Schreiben von Frau Dr. Wendland an den Oberbürgermeister der Stadt Kammer ins Roland Danz vor. Vor diesem Hintergrund frage ich mich, warum sich Frau Dr. Wendland nicht direkt an mich wendet, wenn sie ein fachliches Ansinnen hat. Hier darf man vermuten, dass sie vorgeschickt wurde, um eine Kampagne gegen die geplante Veranstaltung zu entfachen, bei der die Presse als williges Werkzeug eingespannt wird. Mit Einlassungen wie Geschichtsklitterung und Falschaussagen verlässt Frau Dr. Wendland das Terrain akademischen Streits und begibt sich auf das Feld der Diffamierung. Dies zeigt, dass es ihr offenbar nicht um eine fachliche Debatte, sondern um Ausgrenzung geht. Damit handelt sie genauso antidemokratisch wie jene, die meinen Lehrauftrag gekündigt haben. Der überhebliche Ton, den Frau Dr. Wendland in ihrem Schreiben wählt, verweist darauf, dass sie Andersdenkende nicht als gleichwertige Gesprächspartner betrachtet, sondern sich über sie erheben will. Damit versucht sie, ein Über- und Unterordnungsverhältnis herzustellen, welches eine Diskussion auf Augenhöhe und in gegenseitigem Respekt von vornherein ausschließt. Frau Dr. Wendland ist bisher als Rechercheurin im ukrainischen Kriegsgebiet noch nicht weiter aufgefallen. Damit gewinnt sie ihre Erkenntnisse im Wesentlichen am Schreibtisch oder in Studierstuben. Innerhalb dieses zivilisatorischen Schonraums lässt sich eine Realitätsprobe aber nicht machen. Denn dazu muss man sich, wie ich es getan habe, der Realität im Kriegsgebiet aussetzen und eben genau dort recherchieren, wo sich die Realität in aller Grausamkeit zeigt. Die Schreibtischperspektive bietet lediglich ein verkürztes, wenn nicht gar verfälschtes Bild der Wirklichkeit. Ich unterstütze alle Bemühungen, die im Sinne des Artikel 5 Grundgesetz und der dort geregelten Meinungs- und Informationsfreiheit zur Meinungsbildung der Menschen in Deutschland beitragen. Insbesondere unterstütze ich die Bemühungen von Oberbürgermeister Roland Danz, jene zu Wort kommen zu lassen, die inzwischen auch von Mitarbeitern des öffentlich-rechtlichen Rundfunks diffamiert, ausgegrenzt und beruflich geschädigt werden. Zur Ausgestaltung der Meinungs- und Informationsfreiheit leiste ich meinen persönlichen Teil, indem ich nach bestem Wissen und Gewissen recherchiere, dem Grundsatz EU-Altschua-Altera-Paar folge und beide Seiten höre, wo immer möglich den Schreibtisch verlasse und vor Ort die Realitätsprobe mache, sowie meine Rechercheergebnisse mit dem Forschungsstand und ausgewiesenen Experten abgleiche. Meine Arbeitsmethoden habe ich in einem Lehrbuch ausgeführt. Bab Patrick Recherchieren – ein Werkzeugkasten zur Kritik der herrschenden Meinung. Frankfurt am Main, Westend 2022 Nun sind Fragen der Kernenergie nicht mein Recherchefeld. Deshalb verzichte ich gerne auf einschlägige Einlassungen. Allerdings fällt mir unangenehm auf, wie Frau Dr. Wendland als Befürworterin der Kernenergie mit Andersdenkenden umgeht. Dabei wählt sie offenbar gern Nazi-Analogien. Sie schreibt, die Hoffnungen auf die Reichswindkraft durch Freudeprogramme auf Solarsiedler als Träger einer neuen deutschen Autarkie haben sich eine nach der anderen erledigt. Die deutschen Kriegs-, Entschuldigung, Klimaziele seien hinfällig. Ein Staatssekretär säße, so Wendland, mit an der Zyankali-Kapsel in der Backentasche, im Keller des Bundeswirtschaftsministeriums und wird vom Reichswindtag träumend mit Adolf Hitler verglichen. Der Endsieg wird diese ganze jüdische Physikstunde bevor. Jöris, Annika, die Seitenwechslerin, in Zeit Online vom 31. März 2022 Wenn dies ein Satire-Text gewesen sein sollte, fehlt mir dazu der nötige Humor. Frau Dr. Wendland hat die Energieökonomin Dr. Claudia Kempfert vom DIW in Berlin nach deren Angaben mit Hitlers Propaganda-Regisseurin verglichen und bezeichnete sie als Leni-Riefenstahl der Energiewende. Weil der Artikel den Grundsätzen wissenschaftlicher Redlichkeit zutiefst widersprochen habe, wollte Dr. Kempfert Wendlands Arbeitsgeber in Kenntnis setzen. Doch dann sei der Beitrag auf ruhrkultur.de im Netz nicht mehr auffindbar gewesen. Allerdings findet sich noch ein Tweet, in dem Ruhrkultur auf den Artikel und genau diesen Vergleich verweist. Der Rundfunkstaatsvertrag über den MDR will, so die Präembe, den freiheitlichen demokratischen Rechtsstaat und seine Institutionen stärken, in den drei mitteldeutschen Ländern die kulturelle Vielfalt und Identität fördern, sowie zum demokratischen Dialog zur Sicherung der Meinungsvielfalt und Erhalt der Lebensgrundlagen und des Friedens beitragen. Dort heißt es in § 8 Absatz 3 Alle Informationsangebote, Nachrichten und Berichte sind gewissenhaft zu recherchieren und wahrheitsgetreu und sachlich zu halten. Nachrichten sind vor ihrer Verbreitung mit der nach den Umständen gebotenen Sorgfalt auf Wahrheit und Herkunft zu prüfen. Die Redakteurinnen oder die Redakteure sind bei der Auswahl und Verbreitung der Nachrichten zur Objektivität und Überparteilichkeit verpflichtet. Kommentare sind deutlich von Nachrichten zu trennen und unter Nennung der Verfasserin oder des Verfassers als persönliche Stellungnahme zu kennzeichnen. Sie haben dem Gebot, journalistischer Fairness zu entsprechen. Ich bin sehr gespannt, wie Sie diesem Programm auftrag, den ich in vollem Umfang unterstütze, gerecht werden wollen und was von meinen Ausführungen in Ihrer Berichterstattung übrig bleibt. Es liegt nun an Ihnen zu entscheiden, ob Sie sich zum willigen Werkzeug von Propaganda machen oder im Wege der Recherche zu eigenständigen Ergebnissen gelangen wollen. Für den Fall, dass Sie Ihre gewiss reichhaltige Erfahrung durch einen Besuch im Kriegsgebiet erweitern möchten, werde ich Sie jedenfalls nicht hindern. Dieses Schreiben erreicht Sie noch einmal per Einschreiben, denn ich behalte mir vor, unseren Gedankenaustausch in meine publizistische Tätigkeit einzubeziehen und dort zu dokumentieren. Mit freundlichen Grüßen, Patrick Barb. Dieses Audio konnte nur entstehen, weil zahlreiche Leser und Leserinnen die Nachdenkseiten fördern und durch Spenden unterstützen. Wenn Sie auch etwas tun wollen, klicken Sie einfach den entsprechenden Button auf unserer Website an. Übrigens, Sie können uns auch bei iTunes, Soundcloud und YouTube hören und wenn Sie mögen, gerne unseren Kanal abonnieren und eine positive Bewertung für uns abgeben. Wir freuen uns über Ihre Unterstützung und die Weiterverbreitung unserer Inhalte.